Nun widmen wir uns dem ersten zu schreibenden Bereich, der seine Wichtigkeit und Relevanz im Besonderen dadurch verdient, da er in allen sichtbaren Bereichen eines Amazon-Produktes vorkommt, egal ob in Verlinkungen außerhalb, mit Affiliates, mit Werbung, im Google-Bereich, in der App, auf allen möglichen Positionierungen und natürlich auch am Desktop. Man sieht immer ein Stück des Titels, man sieht immer ein Bild, man sieht immer Preis und Bewertungen dazu, je nach Bereich können die mal mehr oder weniger dargestellt werden oder größer oder kleiner, aber ein Stück des Titels und das Bild und der Preis sind nahezu immer da, bei anderen Werbeformaten aus dem Bereich DSP ist es so, dass die Titelbereiche da sind, aber kein Preis, also die Wichtigkeit dieses Bereiches ist doch sehr, sehr hoch und dann müssen wir uns fragen, was wir hier am Ende zu tun haben. Ich möchte das gerne etwas komplexer darstellen, weil ich finde, es ist etwas komplexer. Hier erhalten wir die Grundlage dafür, was wir später nur noch abarbeiten müssen. Heißt, wir haben eine Mischung zu finden aus Klick-Konversionsanteilen und reinen Traffic-Anteilen. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie in der Mitte formuliert, ihr müsst Catchphrases und Searchphrases miteinander verbinden. Und die Daten für diese ganzen Bereiche sollten wir eigentlich vorliegen haben. Ich möchte es mal kurz angehen, wie zum Beispiel so Intentionen wie Sicher oder Bruchfest. Das sind oft Themen, die in einer Suche nicht immer formuliert werden, aber dann natürlich relevant werden können, gerade im Unterschied zu Produkt 1 und Produkt 5 und dann fehlt einem einfach dieser psychologische Trigger. Oder es geht um so spezifische Features wie ein Geruchsdicht oder Schließtlaustlos oder Leichtzureinigen. Also Themenbereiche, die vielleicht gar nicht so im Wesensmerkmal zum Suchen standen, aber doch für das Produkt relevant sein können. Einstellung, sowas, was rein geistig betroffen ist, wenn man so ökologisch orientiert ist. Oder bestimmte Trends, wie Vegan aufgreifen will. Oder denkt einfach an die ganzen Kleidungsbereiche. Trockner geeignet ist immer ein absolutes Killer-Kriterium. Und das hilft halt nicht, wenn du das irgendwo versteckst oder ins Backend packst, sondern das ist natürlich tatsächlich auch Klick-Konversionsinteressant, wenn man es an die richtigen Stellen setzt. Die zweite Aufmerksamkeit kann auch ausgenutzt werden. Das heißt, ihr sucht zwar einen Werkzeugkoffer, aber ihr merkt erst dann in dem Vergleich der Angebote, dass der eine 100-teilig ist und der andere 80-teilig. Dann setzt man das natürlich automatisch in einen Bezug zueinander. Und wenn der Preis dann gleich ist, nimmt man oft das, wo mehr drin ist. Deswegen zweite Aufmerksamkeit. Dann gibt es auch oft das Thema, was man nicht erkennt. Da ist eine Vase, die ist aus Glas. Es steht vielleicht auch Glas-Vase drin, weil das das Traffic-Merkmal ist. Doch ihr habt hochwertiges Kristallglas. Dann müsst ihr das natürlich auch zusätzlich so benennen. Und das gilt es halt in der Wechselwirkung tatsächlich abzubilden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den gesamten Traffic-Kanal. Hier haben wir es aber relativ einfach, wenn wir zum Beispiel über die Summe aller Eingaben eine grundsätzlich statistische Erhebung schieben und dann feststellen, Bereich Mülleimer, 15% der Sucheingaben beinhalten ein Thema Marke. Weitere 15% sind materialbehaftet, 10% sind farborientiert. Aber ganze 60% aller beschäftigen sich mit Aufstellungsort und oder Volumen. Deswegen können hier auch über 100% entstehen, weil Doppelnennungen vorkommen können. Das heißt, das Thema Aufstellungsort und Volumen muss irgendwo ganz prägnant wahrscheinlich auch am Anfang stehen. Aufgrund der Titeldynamik und wie er dargestellt wird an den unterschiedlichen Bereichen. Das haben wir ja schon in den Videos als Grundlage bereits dargestellt. Natürlich sollte man in Summe dieser Bewertung, was man dann nimmt für den Titel, Suchvolumen gerne berücksichtigen. Oder aber, wie zum Beispiel in MLIs Shield möglich, wo kommt der eigentlich organische Umsatz des Produktes her? Nicht immer ist eine Optimierung nach Suchvolumen relevant, sondern es reicht auch oft unter den Keywords auffindbar zu sein, wo die Produkte auch wirklich Umsatz machen. Das dürft ihr immer nicht vergessen. Dann haben wir natürlich die ganzen Themen, dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir die Suchseitenkonsistenz und Volatilität beachten, Bewerbungs- und Preisdurchschnitte. Suchergebnisanzahl kann auch ein netter Indikator sein, aber auch gerade Preis. Wenn so ein Wort wie Ring oder Damenring im Durchschnitt nur 20 Euro Produkte zeigt und ihr aber 100, 200 Euro Produkt seid, dann ist das vielleicht nicht das Wort, wo ihr hingehört. Das Ganze müssen wir uns dann natürlich runter kombinieren auf den jeweiligen Style Guide. Allgemein gesprochen bezieht der sich ja immer auf die Themenmarke, Major Keyword, Hauptsynonym Gattungsbegriff, nennt es wie ihr möchtet. Produktname, wenn ihr dem Produkt einen Namen gebt, dann sollte der mit vorkommen. Oftmals wird danach gesucht, was bin ich? Nochmal als klare Darstellung, gerne auch als allgemeinere Darstellung. Oftmals wird Bürostuhl oder Esstischstuhl und ähnliches geschrieben, aber das Kernwort Stuhl wird vergessen. Und dann so eine Besonderheit, Anwendungsfeature, was auch immer, wie die Kunden suchen bestenfalls und Artikelnummer und Anzahl, Farbe, Material, das weicht dann immer je nach Bereich und Style Guide ab. Aber so kann man das ungefähr runterbrechen. Ihr müsst also es schaffen zu erkennen, womit sich die Suche beschäftigt und worüber Kunden wirklich insgesamt reden. Und da haben wir jetzt mal hier an dem Beispiel einer Vase, Nutzungsort, Stabilität, Optik und was soll später rein in die Vase. Wir haben aber auch die Themen wie Art, Material, Farbehöhe, Form, Durchmesser, Stil, ganz, ganz verschiedene Nutzungs- und Suchintentionen. Und wie gerade schon erklärt, nicht alles ist eine Suchphrase. Viele Bereiche wie Nutzungsort, Stabilität, Optik oder was soll später rein, sind halt oft auch dem Thema geschuldet, dass es um die Catchphrase geht oder im Rahmen der zweiten Aufmerksamkeit. Und dann kann man natürlich ganz sauber und klar mit einer Datenlage so einen Titel runterschreiben. Marke, natürlich vorne positioniert. Vase für Blumen, 40 cm hoch, 12 cm Durchmesser, Glasrund, Modern. Warum genau so gewählt? Nun, es ist eine Vase für Blumen. Eine Blumenvase. Das ist vielleicht variabel, je nach Zeit, aber hier hat sich gezeigt, so macht der Titel Sinn. Sie ist 40 cm hoch, 12 cm Durchmesser. Das waren immer Themen, die der Kunde im Bild nicht erkennen konnte. Wir haben zwar Hero-Images, E-Commerce-Packshots und ähnliches, um das clever nutzen zu können und umgehen zu können, das Thema. Aber oftmals nimmt Amazon diese halt wieder raus und dann müssen wir solche Themen vielleicht halt doch darstellen, weil ein Bild neben dem anderen, die exakt gleich aussehen, geben uns zu wenig Information. Also dann ist dieser Größenansatz tatsächlich eine Hilfe für den Kunden, das richtige Produkt zu klicken. Im Normalfall erkennt er natürlich, dass die Vase aus Glas ist, dass sie rund ist und modern ist Geschmackssache. Deswegen, das war einfach Suchintention. Da kam das Wort modern oft vor, das Produkt passte dazu, dann hat man sich dafür entschieden. Was ich hiermit gerade am Ende sagen will, ist, was der Kunde im Bild sieht, muss nicht im Detail vorne stehen. Handelt es sich natürlich um eine hochwertige, teure Kristallvase, dann sollte man das vorne nochmal aufgreifen, wie schon geschildert. Das Wort Glas dann gegebenenfalls am Ende des Titels nochmal mitnehmen, um einfach die Wertigkeit und Priorisierung des Titels einfach mitzunehmen, der halt doch von den Worten her eine gewisse höhere Wichtigkeit bekommt. Und das ganze Thema, was wir mit den Vasen gemacht haben, gerade mit der Aufsplittung von Themen, kennen wir natürlich schon aus unseren vorbereiteten Bereichen, wo wir das für den Mülleimer aufgeteilt haben nach Synonymfunktionen Aufstellort etc. Hier nochmal als Beispiel zwei andere Produktarten. Das eine sind Fernsehgeräte, das andere Socken. Hier müssen wir jeweils anders arbeiten. Wir haben andere Detailtiefen. Wir können andere Fokussierungen durchsetzen, aber auch auf Zielgruppen anders arbeiten. Wir könnten bei den Fernsehgeräten, beim allgemeinen Fernseher oder billigen Standardfernseher auf viele Features gar nicht eingehen, weil schlicht Standard. Oder beim Thema Socken kann man tatsächlich je nach Bildungsgrad oder Nutzungsgrad, es gibt ja auch Quality Shopper, Qualitätskäufer, die wollen dann einfach Material, Dicke und so Themenarten klar formuliert haben und stehen auf Zusatzfunktionen der Produkte. Während der normale Einkäufer einfach sucht Socken, Herren, schwarz 39 bis 42. Der hat dann diese Interesse nicht. Da kann man überlegen, ob die dann relevant sind schon im Titel oder ob die einfach mit einem guten Bild oder anderen Textmerkmalen dann abgearbeitet werden können. Machen wir das einmal 1 zu 1 und gehen wirklich mal Schritt für Schritt durch. Wir wollen einen Titel schreiben. Der Vorteil ist, wenn wir uns am Style Guide für diesen Bereich, jetzt Küche, Haushalt, Mülleimer orientieren, würden wir schnell zu dieser Systematik kommen. Wir brauchen ein Synonym, eine Funktion, Aufstellort, Volumen, Größe, Form, Material und Farbe. Als erstes brauchen wir ja nur noch unsere vorbereitete Excel zum Bereich Synonyme filtern. Wir hatten in unserer Ausgangstabelle nicht viele Synonyme genommen. Natürlich könnt ihr noch viel, viel mehr reinsetzen, das Ganze weiterfassen. Aber hier wäre eindeutig der Mülleimer zu präferieren. Und das war es auch schon, weil wir schreiben nur den Titel. Der zweite Bereich, ein Filter nach Funktion. Hier müssen wir uns immer fragen, nicht nur was ist wichtig, sondern was kann unser Produkt oder was ist unser Produkt. Und wenn wir keinen Deckel haben und keinen Sensor, dann sind viele dieser Themen nicht relevant für uns. Geruchsdicht und luftdicht ist ähnlich. Geruchsdicht wird häufiger in den Suchanteilen drin vorkommen. Dann nimmt man natürlich dieses Wort und nimmt luftdicht dann schlicht später auf. Hier gehen wir jetzt mal den einfachen Weg und sagen, wir haben einen Deckel. Also Funktion mit Deckel. Der hat keinen Sensor, also brauchen wir das auch nicht aufgreifen. Ich würde hier auch nicht das Thema ohne Sensor mit reinnehmen wollen. Das sind dann eher Themen wie technische Außenstrahler, wo das wirklich ein Kaufgrund ist. Hat er jetzt den Sensor oder hat er den nicht? Dann macht man mit Bewegungsmelder, ohne Bewegungsmelder oder mit Bewegungssensor, ohne Bewegungssensor. Dann baut man das anders. Der Aufstellort, ganz wichtig. Wir gehen hier jetzt auch mal wirklich den einfachen Weg und sagen, okay, der ist wirklich für die Küche. Hätten wir einen für Büro oder Arbeitszimmer, würden wir natürlich das Wort Büro präferieren und Arbeitszimmer irgendwo anders abbilden. Und ihr seht schon, Bad wäre natürlich super. Badezimmer wäre wieder zweitrangig. Und so kann man das dann aufbereiten. Was ich für die Küche jetzt nicht mit reinnehmen würde, wären die Themen wie Spüle oder Unterschrank, weil hier doch sehr oft Einbaufunktionen eine Rolle spielen. Und das hat man im Rahmen der Funktionen gesehen, ausziehbar, unterbau und unterbaufähig, das lassen wir jetzt hier weg. Auch wenn er fürs Bad ist, ist natürlich Bad, Titel, Badezimmer und Toilette oder später auch noch WC dann relevant für weitere Inhalte. Der nächste Bereich ist schlicht das Volumen. Und warum haben wir hier nicht 50 Liter, sondern 50 L genommen? Wer genau hinguckt, sieht, dass Liter ganz oben zwar häufiger vorkommt, aber in Kombination mit der 50 nur 27 Mal. Das heißt, wir müssten dann schon sehen, ah, das zweite ist 50 L, dann nehmen wir das auch genau so auf. Hier kurzer Exkurs, zum Beispiel in den Bereich von Volumen und Taschen oder Koffern, die sind relativ standardisiert. Das wissen nur die Kunden nicht. Also müssen wir mit einem 74 Liter Koffer exakt 74 Liter nehmen? Nein, wir sollten die Spanne von wahrscheinlich 70 bis 78 mit aufgreifen. Vielleicht nicht zu sehr übers Ziel, sagt man vielleicht nur bis 76 gehen. Aber diese Range bitte abdecken. Spätestens dann im Backend. Im Titel ist natürlich klar, dass man exakt diesen Wert nimmt, aber dann geht man in die Range rein. Hier würde man im Backend nicht 60, 50 und 40 Liter nehmen. Das ist schlicht am Ziel vorbei. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo man das macht. Und wenn wir 74 Liter Koffer sind, aber die Hauptsuchen liegen auf 72 und 76, dann würde man natürlich vielleicht von 72 bis 76 arbeiten. Und hinten mit reinnehmen, dieser ist exakt, aber Volumen passt von bis. Da gibt es ganz viele Ansätze, das durchzuarbeiten. Nehmen wir einen Bürostuhl. Und der kann 180 Kilo. Am meisten wird aber auch 120 gesucht. Dann nimmt man halt 120 bis 180. Das kann man dann clever erweitern und deutlich besser aufgreifen. Hier jetzt im einfachen Beispiel kommt als nächstes Merkmal schlicht die Größe. Der ist mit 50 Liter definitiv groß. Wie kann man das rausfinden? Man nimmt alle Suchphrasen mit Mini und Klein und Niedrigen Größen und kombiniert das mal zueinander. Guckt sich das sauber an. Dann wird man merken, alles so deutlich unter 30 Liter sind eher kleine oder als klein bezeichnete Mülleimer. Suchseitenkonsistenz angeguckt, Mülleimer klein eingeben und ihr werdet schon sehen, wie da so die Filterdynamik von Amazon ist, aber auch wie die Suchergebnisseiten sich strukturieren. Dann geht es in den nächsten Bereich. Das ist das Schöne, wenn man dieses System sauber vorbereitet hat. Das Material. Wir sind nicht Edelstahl oder Metall. Hier nehmen wir Kunststoff aus einem rein psychologischen Grund. Das Wort Plastik wirkt einfach billig. Wir müssen auf Plastik dann natürlich eingehen, auch auf Plaste vielleicht, aber hier präferieren wir Kunststoff als das Mittel der Wahl, als das Wort der Wahl. Einfach wegen dem Wertigkeitsaspekt, weil wir natürlich auch teurere haben. Wenn das ein Mülleimer ist für 10 Euro, dann nennt ihn ruhig auch Plastik, weil das ist dann das, was der Kunde da auch erwartet. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Farbe ist hier relativ einfach. Wir haben einen weißen Mülleimer. Mülleimer weiß ist auch das Wort, was am meisten gesucht wird. Die Alternativschreibweise mit dem Doppel S kann man zum Beispiel in den Lieferumfang integrieren oder aber auch ins Backend. Je nach Tiefe eurer Vorbereitungen, eurer Inhalte kann es sein, dass die Worte wie Weißherr, Mülleimer mit aufkommen. Dann nehmt es mit rein. Oder wir nehmen so etwas wie Ring mit Steinweiß, Ring mit weißem Stein, weiße Perle, Ring groß. Dann kommen viele Namensarten für die Farben mit rein. Hier war es jetzt wirklich so, dass sie relativ einfach waren. Also sowas dann immer im Hinterkopf behalten, aber im Titel würdet ihr natürlich sowas schreiben. Dann wäre das Thema Weißer hier ganz klar fokussiert. Dann würden wir es irgendwie so nennen wie Weißer Mülleimer mit Deckel oder sowas in der Art oder Mülleimer mit weißem Deckel. Wenn diese Worte so fokussiert dann vorkommen, müssen wir das natürlich anpassen. Das Schöne ist, das ist der Titel. Und jetzt muss sich natürlich jeder fragen, warte mal, sagt er denn nicht sogar damit, dass grundsätzlich jedes Produkt, was die Bedingung erfüllt, ein Mülleimer zu sein und ein Deckel zu haben, was sich in die Küche stellen kann und was 50 Liter Füllvolumen hat, was groß ist und aus Kunststoff ist und weiß ist, ein und denselben Titel haben sollte? Ja, genau das möchte ich damit sagen, wenn man datenorientiert arbeitet und unter den ähnlichen Begrifflichkeiten operiert bzw. die gleichen Produkte hat oder das gleiche Produkt der Wettbewerber anbietet, dann ist das so. Das ist auch eigentlich das, was Amazon ja möchte. Amazon möchte ja schon, dass das wirklich einheitlich sauber konstruiert ist. Dafür gibt es ja die Style Guides. Und ja, das wäre tatsächlich das Ende sozusagen, dass wir tatsächlich eine Titelgleichheit hätten und am Ende der gewinnt, der sich besser auf die aktuellen Situationen und Nachfrageänderungen einstellen kann, hinsichtlich, ob das Thema Deckel jetzt priorisiert wird oder 50 Liter oder das Großthema oder das Thema der Farbe, die er dann anders positioniert und anderen Sichtbarkeit zuweist. Wir sind hier sauber unter 60 Zeichen. Das sage ich auch schon seit Jahren. Ein sauberer, gut strukturierter Titel ist selten sehr, sehr lang. In der technologischen Branche werden die Titel nur dadurch lang, dass die Worte oft lang sind. Außen, Lampe, Mitbewegung, Sensor. Das sind schlicht viele lange Worte. Wir sehen es ja in der Fashion, wie gut da die Titelstrukturen funktionieren. Ich möchte nicht sagen, dass so ein Titel wie hier unten jetzt als Beispiel schlecht ist. Mülleimer 50 Liter, groß mit Deckel für Küche, Abfalleimer 50 Liter, 60 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter breit, Kunststoff weiß. Das habe ich nicht gesagt. Ich persönlich präferiere oben das, wenn man eher in eine Suche, in eine Suchoptimierung geht, dann kann das Thema unten natürlich netter sein. Wenn es eher in eine konvertierungsorientierte Titel geht, dann ist es vielleicht interessant, auf das Thema Geruchsdicht, Luftdicht noch zusätzlich mit einzugehen. Nicht nur bei Windeleimern ist das ja relevant. Dafür muss euer Produkt aber auch diese Bedingungen erfüllen, dass es wirklich dicht ist. Ja, das soll es sein. Orientiert euch daran wirklich, was sind eure Daten. Beachtet bitte das Thema Catchphrases und Searchphrases und diese zweite Aufmerksamkeit. Die zweite Aufmerksamkeit entsteht immer dann, wenn ich was gesucht habe, die Suchergebnisse angucke und dann merke, ist ja nichts dabei, was ich brauche. Die Suche neu formuliert wird oder aber, wenn die angebotenen Ergebnisse zusätzliche Unterscheidungskriterien haben, wie der Werkzeugkasten mit 100 Teilen versus der Werkzeugkasten mit 80 Teilen. Das ist gemeint mit dieser zweiten Aufmerksamkeit und dann geht es wirklich nicht in die reine Optimierung nach Suchwoten, sondern dann geht es wirklich in die weichen Faktoren rein. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber habt das auf dem Kopf und dann wird euch immer ein guter Titel gelingen.